Menschen frieren, Menschen sterben, wir sind in einer Klimakatastrophe und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei in einem Gemälde. Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Davor, dass die Wissenschaft sagt, dass wir 2050 unsere Familien nicht werden ernähren können. Braucht es Kartoffelbrei auf einem Gemälde, damit ihr zuhört. Dieses Gemälde wird nichts mehr wert.